Ich geh jetzt einfach raus und mach's das schon. Jo, bis dann. Ciao. Ich komm mit dir. Wie geht der Wasser? Eineinhalb Minuten. Mach fünf. Mach fünf. Wahrscheinlich hat es der eine oder andere von euch schon mitbekommen. Wir werden in den nächsten Wochen unser erstes Mindful Matter Camp veranstalten. Und zwar vom 25. auf den 26. Juni. Das Event wird wieder in Weimar stattfinden. Aber dieses Mal in Ahnertal Weimar, hier in Kassel. Was wird alles passieren? Wir campen gemeinsam. Jeder bekommt für das Camp ein eigenes Camp T-Shirt. Wir werden gemeinsam trainieren, outdoor anschließend in diesen See springen. Wir machen Ausflüge zusammen, machen Morning Cardio nach hier. Wir veranstalten Seminare und werden Samstag einfach ganz gemütlich alle zusammen grillen. Und zum Schluss von dem Camp bekommt jeder noch eine kleine Überraschung. Und alles in allem werden wir einfach eine ganz schöne gemeinsame Zeit verbringen. Ihr müsst dafür fast nicht mehr mitbringen als eine Isomatte und einen Schlafsack. Bitte bringt nicht euer Essen mit. Wir haben genug Essen da. Wir werden eine Menge essen. Alle weiteren Details und das nochmal zum Nachlesen findet ihr auf www.officialmindovermatter.com. Wenn ihr eine Frage habt zu irgendwas, was passieren sollte, bitte schickt uns eine E-Mail an info at officialmindovermatter.com. Ich werde euch Tag und Nacht antworten. Anmelde beginnt dazu am 2. Juni. Das heißt, ihr habt also noch ein paar Tage Zeit, um das Ganze zu planen. Bitte lasst euch nicht zu viel Zeit, weil wir das Ganze limitieren auf 25 Personen, damit wir einfach näher zusammenbleiben. Ich freue mich einfach auf eine schöne gemeinsame Zeit mit euch. Das heißt, ihr habt auch noch ein paar Tage Zeit, um das Ganze zu planen. Das heißt, ihr habt auch noch ein paar Tage Zeit, um das Ganze zu planen.